Super! Wer hat sich nur mehr Dinge ausgesucht und einfach mal ein bisschen in der Gegend rumstehen wollt, wenn der Kevin wieder am Start ist. Ich hoffe, ihr macht keinen Wisschen mit dem, wir brauchen ihn ja auch an Stand von der Altersfrau, weil sie ist dort noch als Mott tätig, der Kevin Wittchen erst will. Ich habe den Vorrat, das ist schon wieder am Bocken hier. Kevin Wittchen, let's do this way! So, ich hätte gerne gerne, dass ihr euch mal ganz entspannt seid, wenn du oben bist, kommt nach Dau, also total entspannt. Schön, aber wir wurden hier ganz entspannt, und das wollte ich schon mal sagen. Ich war ein bisschen ein bisschen bereit aus meiner, ich werde mich mal ein bisschen herstellen. Ihnen einen Applaus an euch von Jenny und von Robert Peppin! So, schauen wir mal, was der Kevin Wittchen jetzt anstellt, mit der Young Lady. Peppin Wittchen aus dem Rücken, das ist absolut. Das Bein braucht noch ein bisschen, und er wird jetzt versuchen, einen Stopp nicht mehr in der Nähe vor der Young Lady zu machen. So, das Bein geht aufs Vorderrad, und Stopp natürlich vor der Young Lady, hat noch ein bisschen Platz da. Und jetzt, ich freue mich, dass ihr mal, und übrigens sicher, die ganzen 5.000 Vormons aus jeden Tag, was ihr da hinten schon alle gesehen habt, und den anderen passt auch wieder nicht mehr. Zählen, das machst du jetzt schon mal in der Reihe. Und mach mich gut zu Hause, und dann klappt das alles, jetzt noch nie wieder Hoppenny, und holt da noch nicht! Oh, der ist Karate! Oh, der sagt der größte Junge, der wird ganz rot, und das weiß ich nicht. Der ist nichts für mich aber normal. Trehe auf sich strecken, die Arme fütteln direkt an den Körper, und nicht mehr glücklich. Okay! Muss ich zucken denn, ganz richtig viel! Wow! Fertleinung mit der Super-Busuf-Mänse, hier von Fabian! Und... Okay! Ah! Wir haben die Angelegenheit, der kommt ja natürlich auch von hier nochmal angepasst, hier nochmal gegen die Schreis, und nach der Ersteuerung, und das passt auch nicht! Wow! Hier ist ein Geschicht, hier in die Klänge, von Fabian Rettel, hier, an unsere Rollen, und an der Lager-Paule, an der Cheppy, und wie gesagt, no, not really! Das mag ich jetzt mit Ernst! Warte auf, mir macht ihr das jetzt einmal vor, aber nicht, dass die Dore jetzt sagt, ich möchte sich mal ein bisschen hinziehen, die Beine ein bisschen ausgeladen, dann noch hier nach vorne, und dann, ich mach auch schnell! Genau, schön nach vorne, wir hatten ein bisschen nach außen, nicht, dass er das einfach nach hinten war, und jetzt noch die, und, holster Tag! Fingerapplaus, Jenny, und Kellen Rettel, noch einmal umdrehen! Dankeschön! Dankeschön! Absolut unglaublich! Unser Schotter, der Meisterskumpel ist, der meister Spaß macht! Die wird langsam richtig warm, glaube ich, auf seinem Bein! Ich glaube, da ging es ein bisschen Stress! Das lieben wir gar nicht! Ja! ich denke, schrumpf! So, das ist ein Mann, der Preise, der Peter, der Jackie machen! Und jetzt ist noch die, genau zwischen die Tiefe, und, ah, noch einmal ein bisschen durch, ruck oder runter, von der Jackie! Okay! Vielen Dank, Frau Rudolph, riesen Applaus, Jackie, und Kevin, Plane, Applaus